Hallo liebe Community, hier ist wieder euer Leerfair von Reverse Gaming und wir spielen wieder weiter. Hier so eine kleine Ründle äh am Lisear Machine for Picks oh, und da haben wir bereits eine Schweinemaske Bitsi Bitsi Schweini ja, wenn ihr euch fragt, warum ist der heute so leicht fröhlich drauf ist das hier übrigens eine Manie? das sieht so ein bisschen manisch aus, ja, durchaus ach, das könnte sowas wie eine Hexe oder so darstellen ähm ja, ich war gestern mit meinen sehr coolen Kommilitoninnen unterwegs äh, ein bisschen abhängen und jetzt bin ich gerade arg groggy muss ich zugeben weil, wie das nun mal so ist man, äh trinkt auch ordentlich mal ein bisschen was und, äh, ja jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen nüchterner werden und das hier hilft auch beim Ausnüchtern was macht der da? äh, hat der da einen Besen? äh, wo muss ich jetzt eigentlich hin? ich drück mal J my journal back, nee found documents nö dieses Herz ne gibt's eigentlich hier gerade irgendeine Aufgabe was ich tun soll? ich kann mich nicht mehr erinnern muss ich leider zugeben gehen wir nochmal hier lang dieses Herz das war auch die Tür der Freude hmmm dieses Herz drücken wir nochmal F F für fröhliche Lampe oh, cool ach, ich will hier die Schweinefrau schweinische Gedanken ja deswegen haben die hier auch so ein Badezuber damit man sich, äh, nach all diesen schweinigen kleinen Gedanken wieder sauber waschen kann hey war ich hier schon? Telefon knock knock mandus do you know me who you where are my children trapped, mandus far below us the machine is found it is breached, it is flooded the bulkheads are down the children are engaged if you help me I can help you release them restore the power mandus drain the flooding and restart the great engines ah where should I go? hello hello ich glaube es ist gewollt dass das ding hier so ein bisschen ausseht wie irgendwie so ein Gesicht äh, ich bin so ein Gesicht hey mandus mandus greift dir doch mal so ein Billard-Coe als Waffe aber nein das machen sie nie ey das stört mich so an diesen ganzen Games und diesen, äh muss ich sagen es gibt ja nicht viel was mich so richtig krass stört aber das geht mir echt auf den Sack muss ich zugeben weshalb man immer unbewaffnete Protagonisten hat jeder würde sich irgendeine Waffe greifen normalerweise ob er sich benutzt oder nicht oder ob er dann hier in ne, äh Stress verfällt oder in Schockstarre das ist wiederum eine andere Geschichte ja was haben wir denn hier ich mag diese Bilder hier überall und du? kann ich jetzt vielleicht hier hinten durch Oh Beri Das Ding hab ich ja schon Hab ich das eigentlich schon gedreht? Ja Nun, hier ist ein Hammer zum Werfen Stuhl Stuhlmatch Nee, wird nicht Okay, liebe Community, dann Gehen wir hier nochmal raus Schmetterlinge Herrlich Hier sind wir ja irgendwie reingekommen Von da nach da Das heißt, es ist eigentlich ein Gebäude komplex Obwohl, nein, es ist ein Doch, es ist ein großes Gebäude, aber man hat so einen offenen Innenhof Wir chargen jetzt hier einfach mal durch Ja, Mr. Cuttervieh hatte mich gebeten, vielleicht wieder etwas längere Videos von dem Game hier zu machen Weil hier ja nicht so viel passieren würde So ein ganz spannendes Game Ich spiel zum Beispiel Klavier Komm, so ein Klavier muss doch aktivierbar sein Die Kerze will ich auch anzünden können Ein bisschen mehr Interaktivität, Leute Mut zur Interaktivität Mut zum Öffnen der Haupttür Und nun Von da oben komme ich ja auch her irgendwie Grammophon Ups, da hakt es kurz Mal gut, dass ich Jetzt die nächsten Tage meine neue CPU einbaue Ja, aber was nu Jetzt stehe ich hier und singe Ich soll nach unten gehen Hier bin ich ja lang Hier ist das Telefon Also ich jumpe jetzt hier schon die ganze Zeit richtig durch Hier ist eine große Halle Pff, keine Ahnung Wie, Riesenspinne Ähm, my journal Und Biers and Bastards Geheimräume Ja Gut, das haben wir doch geöffnet Wir haben dieses Rädchen da gedreht Vielleicht noch das Rädchen hier drehen Nee Es ist wirklich eine Maschine hier, ne A machine for pics Ja, ist schön, dass das Das Game so heißt, wie es ist Aber, äh Wo jetzt lang Hallo Eule Hallo Schweini Nasenbär Nasenbär Hahaha Seufz So ist das heutzutage Man bringt Games raus, die so Ja, okay Ich reg mich ja ansonsten auch immer auf Wenn alles zu Railroading mäßig ist Ne, also Piano Ja, sonst könnte man hier so nebenbei Ein bisschen noch Klavier spielen Oder irgendwas halt, ne Irgendwie so Kleinigkeiten eingebaut Die das Ganze noch ein bisschen Lebendiger machen Lassi Und Wie heißt du Lissi Lassi und Lissi Lisbeth Halt, da hinten will ich hin Das ist jetzt für mich total klar Und Gibt's hier vielleicht noch irgendwas versteckt Soll überall Geheimräume geben Hinter einer Bar Das ist doch der klassische Geheimraum Ah hier Wenigstens kann ich die Dinger aktivieren Ob es was gibt wenn ich alle Dinger versenke hier Das wäre der Hit Das ist doch cool So was wollen die Leute Genau Solche Interaktivität wollen die Leute Alle Dinger Versenken Dann müsste aber Irgendwas passieren Jetzt nicht irgendwas super schlimmes Oder so Aber Vielleicht ist es auch Irgendwie ein Gimmick So nach dem Motto Du musst in der bestimmten Reihenfolge Versenken Oder so Aber das wäre doch richtig cool Das wäre sowas Was die Leute gerne hier sehen würden Irgendwelche Gimmicks Und die letzte noch Die weigert sich Komm schon Ja tun wir sie mal hier hinten rein Und jetzt Nix Ach Leute Kommt schon Ich muss sagen Fictional Games gefällt mir richtig gut Die haben Wenigstens auch Mumm irgendwas Neues auszuprobieren Genau jetzt habe ich glaube ich die Tür gefunden Ohne dass ich sie finden wollte Oder Ach halt Hier ist der Nasenbär Hm Tja Wat nu Wat nu Wir sind auch 50% Hey hier war ich noch nicht Das ist noch ein richtig schönes Badezimmer Des Grauens Und nu Hohoho Und was hier hinten noch so abgeht Das zeige ich euch in der nächsten Folge Bis dann Ciao